Ja und herzlich willkommen zurück zu Limbo Ich stecke immer noch hier bei diesem Fahrstuhl fest Mittlerweile glaube ich aber ich habe die Lösung gefunden Beziehungsweise ich habe es halt nachgeschaut, es tut mir leid Aber ich werde das sonst nie drauf bekommen Man braucht auf jeden Fall hier die Kiste ohne dass sie jetzt runterfällt Damit man dann hier rüber kann Und hier drüben Soll es dann nochmals eine Kiste geben Okay Ah Hä Hä Wait Okay sie muss haben wir ja Warte, können wir nicht schwung hier rüber kommen So wird das nix Ein bisschen Harry Potter spielen Komm gleich wieder, ich möchte kurz schauen Nee, das muss so gehen Hier gibt es ja sonst nix Fast, fast, fast Nee Nee Ja 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 kom 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 zum hier Aw fuck Ja, ja, so knapp. Ja, no, fuck. Ja, jetzt kommt doch. Komm. Ne, so wird es gar nichts, wenn die da festhängen. Nein. Nein, so knapp. Ich meine, nein, so knapp. Ja. Yes. Perfect. So. Aber, äh. Hä? Ach so. Wir brauchen die hier drüben, um dann nach oben zu kommen, wenn wir die Schwerkraft umdrehen. Ne! Oder? Wait. Wait. Ich muss ja auch da hochkommen. Oder nicht? Ich bin gerade verwirrt. Kann ich da überhaupt so hoch kommen? War das gut? Ich glaube, für mich gibt es hier gar nichts. Aber. Hä? Hä? Was mich raten ist, ist alles Resented. Natürlich. Komm schon, für was ist das hier, beziehungsweise für was kann ich die Kiste hier rüberbringen? Ich muss die hier hin, ja man könnte es auch einfach machen. Ich muss da kurz mal nachschauen, wofür ich die zweite Kiste brauch nochmal. Das eine brauche ich ja hier, damit die Knarre mich nicht umbringt. Jetzt kann ich kurz mal hier drüben schauen. Okay, jetzt ist die zweite Kiste doch hier drüben. Okay, gut. Wie auch immer das jetzt passiert ist, obwohl die weit, also weiter nach links war. Das heisst, ich brauche jetzt eine Kiste hier, damit ich da dann hochkomme. Und die andere, die andere Kiste dann hier. Okay. Und jetzt muss ich das timen. Jetzt. Komm. Okay. 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 Das sollte es gewesen sein, doch. Was war das für ein Geräusch? Das müsste nicht mehr sein? Das ist wirklich was mir gesagt. Okay. No. No. Kann er gar nicht nicht hochklettern? Hä? Damit gehen beide nach oben. Das Teil rechts brauche ich allerdings. Und Hm. How? Also der Magnet ist dafür da. Dass die beiden beiden oben bleiben. Aber ich gehe ja beide nach oben. Tch. Kann ich. So das links ist ja höher als das rechts. Das heißt das kommt zuerst oben an. Kann ich denn Vielleicht Das kurz antippen. Das andere bleibt unten. Yes. Nice. Da muss man auch erst wieder drauf kommen. Dass das die Lösung ist. Oops. Ups. Okay. Da kommt jetzt was. Gefahren. Okay. Oder? Kannst du mir nicht sagen, dass ich da... Never! Never! Wie soll das gehen? No! Sonst gibt es ja hier auch wieder nichts. Man kann hier hochklettern und dann da dran hangen. Für was? Hm. Kaum hat man ein Ritz geschafft, kommt das nächste, mit dem man nicht weiterkommt. Man ist ja viel zu langsam. Ich glaube ich habe es. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge hier bei Limbo wieder. Und dann mal schauen, ob ich das Rätsel jetzt gelöst habe oder nicht. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!